Bist das du? Nein, das ist Thomas Schmidt. Das ist Thomas Schmidt. Und war das Feueralarm? Nein, das war unser Sommerfest, wo du nichts konntest. Und Thomas Schmidt hat das Sommerfest oben aus dem Fenster eröffnet und hat sich dann abgeseitzt. Ist das so ein Moment wie Robbie Williams, der dann damals bei der Tour sich kopfüber von der Decke hängen lässt und singt, Let me entertain you. Hat er da oben gestanden und gesagt, Leute, das Sommerfest ist eröffnet. Und dann ist er so eine Viertelstunde da an der Seite runter. Da war Thomas Schmidt bei uns, der war einfach im Schnitt wahrscheinlich. Hat eine Abnahme gemacht von der neuesten Sendung und hat gesagt, er geht jetzt direkt aus dem Fenster raus. Aber gut, Sommerfest, sehr gut. Ich habe nur Bilder gesehen. Es war sehr, sehr gut. Schade, schade. Wir haben jetzt einen Detentivclub. Was haben wir? Einen Detentivclub. In der Firma? Ja, der heißt Senfei. Weil?